Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für Dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Alles über das neue EU-KI-Gesetz, Nutzung künstlicher Intelligenz in Unternehmen, was Arbeitgeber wissen müssen. Nutzung künstlicher Intelligenz in Unternehmen, wichtige Informationen zum neuen EU-I-Gesetz für Arbeitgeber. Die Nutzung von künstlicher Intelligenz, KI, in Unternehmen hat in den letzten Jahren zugenommen. Die großen Fortschritte in der KI-Technologie eröffnen neue Möglichkeiten für Unternehmen in fast allen Branchen. Seit kurzem gibt es ein neues EU-KI-Gesetz, das wichtige Folgen für alle Arbeitgeber hat, die KI in ihrem Unternehmen einsetzen wollen. Dieses neue Gesetz zielt darauf ab, die Nutzung von KI zu regulieren und einen europaweiten Standard für die Ethik und Datenschutz im KI-Einsatz festzulegen. Im folgenden Artikel erfahren Arbeitgeber, was sie über das neue EU-KI-Gesetz wissen müssen. Gesetzliche Rahmenbedingungen Nach der neuen Gesetzgebung gelten in der EU strenge Regeln für die Nutzung von KI. Dazu gehören Anforderungen an Transparenz, Verantwortlichkeit und Datenschutz. Diese Regeln gelten sowohl für Unternehmen, die KI-Technologie entwickeln, als auch für solche, die sie nutzen. Key-Einsatz und Datenschutz Das neue Gesetz legt besonderen Wert auf den Datenschutz. Unternehmen sind verpflichtet, den Schutz persönlicher Daten zu gewährleisten und die Verwendung von KI in Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen der EU durchzuführen. Sie müssen sicherstellen, dass die KI-Algorithmen, die sie nutzen, transparent und nachvollziehbar sind und dass sie in der Lage sind, die Entscheidungen, die von KI-Systemen getroffen werden, zu erklären. Verantwortlichkeit und Sorgfaltspflicht Unternehmen sind nach dem neuen Bill für die Handlungen ihrer KI-Systeme verantwortlich. Sie müssen in der Lage sein, Identitätsprüfungen durchzuführen und nachzuweisen, dass sie eine angemessene Sorgfalt walten lassen, um sicherzustellen, dass ihre KI-Systeme ethisch und rechtskonform sind. Risikobewertung von KI-Systemen Das Gesetz sieht auch vor, dass Unternehmen Risikobewertungen ihrer KI-Systeme durchführen müssen. Diese Bewertungen müssen vollständig und präzise sein und sollten nach Möglichkeit von unabhängigen Prüfern durchgeführt werden. Fazit Die Nutzung von künstlicher Intelligenz hat immense Vorteile für Unternehmen, bringt jedoch auch Verantwortung mit sich. Das neue EU-KI-Gesetz stellt sicher, dass diese Verantwortung ernst genommen wird und dass die KI-Technologie in einer Weise genutzt wird, die ethisch und gesetzeskonform ist. Es ist ratsam für Arbeitgeber, sich gründlich mit dem neuen Gesetz vertraut zu machen und gegebenenfalls Rechtsberatung einzuholen, um sicherzustellen, dass sie ihre KI-Systeme in Übereinstimmung mit den neuen Vorschriften nutzen. Quellen Europäische Union, Kommission für Künstliche Intelligenz, Datenschutzbehörde Anita Farke, Donnerstag, 4. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.